Und der Ausgleich in Schalke, jawohl! 1 zu 1. Es gibt die gelbe Karte für Sebastian Kehl in der 42. Minute. Und ein Eigentor in Schalke, das müsst ihr euch heute Abend angucken. Das ist der Hammer, das ist der Hammer, wirklich. Die Nummer 12, wer ist das? Van Hochdalen, der nimmt Maß und haut das Ding einfach rein, der ist bekloppt. Boris, das musst du dir angucken. Mein Gott, sind die doof. Ja, das ist Schalke 04 halt. Also wunderbares Tor im Gelsenkirchener Packstadion, hätte ich fast gesagt. Jetzt der Ball ins Grafraum und das 1 zu 0 für... Nein, Abseitsposition! Abseitsposition! Abseits, 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 Abseits! Abseits, Abseits, Abseits!